Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass ein Auftritt von Markus Söder bei Markus Lanz wahrscheinlich nicht ganz so gelaufen ist, wie Markus Söder sich das vorgestellt hat. Aber auch Markus Lanz hat wahrscheinlich Glaubwürdigkeit eingebüßt. Im Folgenden ein paar Ausstimmte. Und nicht einfach sozusagen es laufen zu lassen. Und diese klare Linie brauchen wir, die heißt für mich, wir müssen das Impftempo massiv erhöhen. Und das Impftempo erhöhen geht nur, wenn man keine Impfpflicht will. Und die wollen wir nicht, indem wir einerseits klar machen, dass auf Dauer die Tests nicht mehr kostenlos sind. Und zum Zweiten, indem man den Geimpften, den Vollgeimpften auch wieder maximale Freiheit gewährt und damit auch einen Anreiz für das Impfen setzt. Wie ist das mit der Inzidenz? Wir werden sie sicher weiter brauchen. Aber die Frage ist, wie ist das Verhältnis? Welche Inzidenz, ab welcher Inzidenz droht bei so vielen Geimpften, mehr als der Hälfte Vollgeimpft, droht dann eine Überlastung des Gesundheitssystems? Das ist die eine Frage, die wir klären müssen. Einfach mal ganz wissenschaftlich, objektiv. Und die zweite, weil wir uns dann klar werden müssen, wie wir dann umgehen sollten damit, wenn die Zahlen weiter steigen werden. Aber jemand, der vollgeimpft ist, von dem geht ein sehr, sehr geringes Risiko bis gar keins mehr aus. Und diejenigen brauchen auch verfassungsrechtlich gesehen maximale Freiheit. Das ist kein Druck, wenn ich das so sagen darf, oder keine Impfpflicht durch die Hintertür. Das ist Eigenverantwortung. Jeder muss sich entscheiden, was er will. Impfen, ja. Wer sich nicht impfen lassen will, der muss dann die Verantwortung übertragen und beispielsweise auch die Tests selber bezahlen. Was mich dabei einfach ärgert, wenn ich das sagen darf, wir hätten aufgrund der Möglichkeiten des Impfstoffs die Chance, in 80, 90 Tagen alle ab 12 schon durchimpfen zu können. Jedenfalls bei uns, vielen anderen Bundesländern genauso. Wir wären dann im Herbst im Grunde genommen durch und könnten komplette Freiheit gewährleisten. Und vor allen Dingen mit einem anderen Gefühl, mit einem anderen Lebensgefühl, mit einem ganz anderen, ruhigeren Gewissen in den Winter gehen. Und das heißt nicht, der Steuerzahler zahlt dann weiter den Test. Das war was anderes, wo es noch keinen Impfstoff gab. Das muss er dann selber machen. Aber ab wann nochmal, Herr Söder, wenn Sie da so Druck aufbauen? Ich merke auch an der Art und Weise, wie Sie das vortragen. Auf jeden Fall, ab Oktober auf jeden Fall. Also nach der Bundestagswahl. Dann hat es ab Oktober auf jeden Fall. Naja, wir müssen es aber vorher beschließen. Warum so spät, wenn es so dringend ist? Wir müssen es schon klar machen, weil wir werden mit Masken in den Schulstatt machen, wir werden mit vielen Testungen operieren. Aber Impfen bedeutet halt auch schlicht und einfach, die Quarantäne deutlich weniger zu haben und damit mehr Schule zu ermöglichen. Und zwar freiere Schule auch. Nur mich zu verwirren ist okay, aber Millionen von Eltern da draußen zu verwirren, das ist nochmal ein anderes Thema. Also Sie kritisieren jetzt wieder die STIKO, das ist das eine, fordern die sozusagen auf, im Grunde eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche auch endlich rauszugeben. Das ist das eine. Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sieht das auch völlig anders. Und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Impfquote erreichen und da sind wir gerade mittendrin. Es wäre verfassungswidrig, meiner Überzeugung nach, wenn man Vollgeimpfte auf Dauer mit den gleichen Einschränkungen versieht wie diejenigen, die nicht geimpft sind. Das ist richtig. In einer freiheitlichen Gesellschaft ist der Verfassungsgrundsatz das eine und das andere ist Eigenverantwortung. Schauen Sie, es ist ja völlig in Ordnung. Wenn Sie jetzt sagen würden, ich will mich nicht impfen lassen, ich bin da skeptisch, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn ich es schwer nachvollziehen kann, das gebe ich zu, respektiere ich es. Aber dann kann nicht der Steuerzahler und die gesamte Gemeinschaft dafür sozusagen die Verantwortung übernehmen. Aber die Wahrheit ist natürlich, wenn wir dort eine hohe Zahl bei jüngeren Vollgeimpften haben, dann ist das eigentlich kein Problem, in die Nachtgastronomie wieder einzusteigen. Das Gefühl ist, wenn ich die jungen Leute anschaue, also wenn das Argument der Freiheit im Vordergrund steht, dann sagen alle, ja, ich will mich impfen lassen, weil ich einfach mehr Freiheit wieder haben will und endlich wieder mein normales Leben zurückgewinnen kann. Trotzdem, Armin Laschet sieht das diametral anders als Sie. Nein, glaube ich jetzt nicht. Er hat er doch gesagt. Ich kann mich gar nicht vorstellen. Herr Söder, ich kann Sie da nicht davon kommen lassen. Er sagt weder, dass die Leute selber zahlen sollen, noch sagt er, dass er irgendwas von Impfpflicht und so weiter hält. Sie vermeiden das Wort Impfpflicht natürlich auch, aber im Unterton kommt das natürlich selbstverständlich mit. Und natürlich läuft es, und deswegen distanzieren Sie sich ja mal so ausdrücklich davon, Impfpflicht durch die Hintertür. Aber natürlich läuft es auf das eine oder andere in dieser Richtung zumindest klar hinaus. In dem Moment, wo der Impfstoff da ist, gibt der Staat die Möglichkeit, kostenlos zweimal impfen zu lassen und damit gegenüber einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit, die alle anderen betreffen kann, einen Schutz zu finden. Ich finde das, ehrlich gesagt, eine ganz hohe sozialpolitische und gesundheitspolitische Dimension, halb das die Entscheidung des Einzelnen. Aber schauen Sie, die Entscheidung des Einzelnen, so ist das im Leben, muss dann auch natürlich irgendwo ist eine Weggabelung, die man trifft. Und dann muss er auch dazu stehen, zu dieser Entscheidung. Damit habe ich kein Problem. Aber umgekehrt kann es nicht sein, dass sozusagen die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Steuerzahler und auch all diejenigen, die sich Sorgen machen, dann am Ende Freiheitseinschränkungen weiterhaben müssen, obwohl sie voll geimpft sind. Jeder, der mehr Freiheit fordert, und da bin ich ja dafür, also mehr Öffnungen, zurück des normalen Lebens, der muss doch erkennen, dass der einzig echte Weg dazu, und zwar überall auf der Welt, auf diesem Planeten, nur das Impfen ist. Die Impfung verweigert, die sagen, ich möchte mich nicht impfen, die haben ja ganz unterschiedliche Motive. Das ist ja keine homogene Gruppe. Und insofern ist es natürlich auch nicht in Ordnung, die jetzt pauschal sozusagen in so eine ganz komische Ecke zu rücken. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen. Es gibt bestimmte Altersgruppen, die haben noch keinen Impfstoff. Und das Zweite ist einfach, wenn Argumente kommen, also dass das Impfen nicht wirkt oder dass das Impfen alle möglichen Verursachungen hat. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich da für Briefe und Mails bekomme. Die sind, ich sage es einmal im ganz einfachsten Stil, sehr unvernünftig, um es mal so zu sagen. Und diese Art von Verschwörungstheorien, die schon rumgehen und die übrigens bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung auch für Unsicherung sorgen, also hat es Auswirkungen beispielsweise, ob ich noch Familie haben kann oder nicht. Was ist hier passiert? Markus Söder setzt hier das Narrativ, es müssen sich unbedingt alle impfen, sonst kann es keine Lockerung der Maßnahmen geben. Das heißt, solange diejenigen, die nicht geimpft sind, die müssen auf ihre Freiheit verzichten. Das wäre vollkommen klar und darüber muss gar nicht mehr diskutiert werden. So ist er in die Sendung gegangen. Das passt aber nicht dazu, wie es bei Markus Lanz bisher gelaufen ist. Natürlich war es so, der Lockdown letztes Jahr, er wurde nie in Frage gestellt. Da waren Söder und Lanz noch d'accord. Das war vollkommen richtig, da gab es nichts zu diskutieren. Aber bei der Impfung ist es jetzt etwas anders. Markus Lanz hatte viele Leute zu Gast, die mit vielen Argumenten deutlich gemacht haben. Beispielsweise vor kurzem ein Professor, der ganz deutlich gesagt hat, Covid ist eine Krankheit des Alters und der Risikogruppen. Ich halte es für nicht gefährlich, wenn die allermeisten der über 65-Jährigen geimpft sind und sehr viele der, sagen wir, über 40-Jährigen geimpft sind. Das sind die Gruppen, die vor allem an schweren Covid-Infektionen erkranken können und die müssen wir schützen. Also kurz nochmal, wenn wir die Alten durchgeimpft haben, hauptsächlich, dann ist das im Wesentlichen geschwätzt. Die Jungen sind im Wesentlichen nicht gefährdet durch Covid-19. Es ist eine Erkrankung des Alters. Und es war der STIKO-Chef auch da gewesen, der hat auch gesagt, es gibt die Kosten-Nutzen-Relation. Das stimmt nicht für eine Impfung nach den bisherigen Erkenntnissen und deshalb wird eine Impfung der Kinder auch nicht empfohlen. Das heißt, Markus Lanz kann jetzt nicht einfach so tun. Jetzt kommt hier Markus Söder und sagt, ja, es ist einfach klar, dass auch die Kinder geimpft werden sollen, dass das alles ganz vernünftig ist, dass es nur so Freiheiten geben kann. Das passt nicht. Also auch Markus Lanz hat ja selbst gesagt, wenn jetzt jeder ein Impfangebot bekommen hat, dann müsste ja die Krise eigentlich politisch beendet sein. Gesundheitlich nicht, aber politisch. Und natürlich weiß Markus Lanz, daran haben sich jetzt auch alle erinnert. Das kann er jetzt nicht einfach machen, dass er jetzt sagt, ja, jetzt ist es vollkommen klar, dass alle geimpft werden. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist der einzige Weg in die Freiheit. Und ja, und das ist vollkommen klar. Das ist nicht möglich. Was macht Markus Lanz also? Er nimmt Armin Laschet. Armin Laschet hatte sich im ZDF-Sommerinterview so geäußert, dass er nicht indirekt Druck ausüben will. Das hat er zumindest gesagt. Und jetzt hat Markus Lanz einfach diese Aussage genommen und hat sie Söder entgegengestellt. Aber es sollte den Zuschauern schon auffallen, dass er die ganzen Argumente, die er jetzt in den Sendungen zuvor gebracht hat, die viele Leute gesagt haben, Wagenknecht, aber auch er selbst, hat er selbst gesagt, dass eigentlich jetzt, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, dann sollte doch eigentlich die Krise politisch beendet sein. Das hat er sich jetzt nicht getraut, Södolf, das hier zu sagen. Und er stellt sich die Frage, warum nicht? Warum bringt er nicht ganz einfach in der besten Demokratie aller Zeiten, soll es doch kein Problem sein, die ganzen Argumente jetzt wiederzubringen? Und die Erklärung ist wahrscheinlich, dass Markus Lanz irgendwie unsicher ist. Es gab jetzt ja anscheinend diese Geheimkonferenz mit den Ministerpräsidenten und Wieler. Und Wieler will jetzt irgendwie ganz stark Druck machen, dass die Leute sich impfen. Und da gab es anscheinend irgendwie Krach, dass die Ministerpräsidenten das nicht wollten. Und es soll jetzt auch wieder die Inzidenz wie bisher ganz wichtig sein. Und die Hospitalisierung soll nicht so wichtig sein. So habe ich das jetzt verstanden. Dass also auf jeden Fall es am Ende irgendwie darauf hinausläuft, dass es entweder einen Lockdown gibt oder sich alle impfen lassen. Oder wir wissen es natürlich nicht genau, wie es jetzt weitergehen soll. Es ist eine interessante Frage, warum ist es diesen Leuten so wichtig, dass sich jetzt alle impfen lassen? Man könnte doch jetzt vermuten, die Leute, die jetzt Großaktien eingekauft haben, vorher rechtzeitig, sie haben doch jetzt alle viel verdient. Ist das jetzt nicht genug? Warum muss denn das jetzt noch weitergehen? Wer profitiert davon? Warum wird das jetzt so durchgezogen? Es ist ja auffällig, dass alle Argumente ausgeblendet werden. Beispielsweise, dass in US-Bundesstaaten auch bei einer nicht so hohen Impfquote schon seit langem es keine Maßnahmen mehr gibt und keine Katastrophe passiert ist. In England gibt es keine Maßnahmen. Und in vielen Ländern funktioniert es und es gibt keine Katastrophe. Und Söder tut jetzt hier so, es ist vollkommen klar, dass hier alle sich impfen lassen müssen, auch die Kinder. Sonst passiert ein Unglück. Das großmögliche Unglück. Das ist vollkommen klar. Da gibt es gar nichts darüber zu diskutieren. Und eine Vermutung ist, warum sie das machen, ist, dass sie nachträglich die pandemische Notlage rechtfertigen wollen. Wenn jetzt alle Leute geimpft sind, dann können sie nachher sagen, euch geht es jetzt gut, die Welt ist sich untergegangen, weil ihr alle diesen Schutz jetzt habt. Und dann kann man sozusagen nicht mehr beweisen, aha, mit einer Quote, mit einer hohen Quote von Nicht-Geimpften geht die Welt trotzdem nicht unter. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass man ja in vielen Ländern jetzt sieht, wie es läuft. Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz. Und vor allen Dingen, das ist so argumentativ so schwer zu verkaufen. Auch die breite Öffentlichkeit weiß mittlerweile, dass Covid-19 eine Krankheit des Alters ist und dass die STIKO für Kinder keine Impfung empfohlen hat. Das heißt, jeder in der Bevölkerung weiß, dass die Krankheit nicht gefährlich ist für Kinder. Jedenfalls nicht lebensbedrohlich. Und jetzt sollen diese Kinder alle geimpft werden mit einem Impfstoff, der nur eine Notzulassung hat. Und ja, also, es ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall irgendwie anscheinend, diese Leute fühlen sich unter Druck. Und es schien ja schon alles verloren. Querdenken, der Ruf wurde erfolgreich ruiniert. Die Leute haben das alles willig geschluckt. Es schien eigentlich alles perfekt zu sein. Aber dieses Vorkommen ist jetzt hier, dass sie jetzt das durchdrücken wollen, das bestätigt im Endeffekt Querdenken vor der breiten Bevölkerung. Weil jetzt allein an dieser Sendung sehen ja die Leute, irgendwie ist das merkwürdig. Das stimmt hinten und vorne nicht. Also der typische Markus-Lanz-Zuschauer muss spätestens nach der Sendung gemerkt haben, dass das irgendwie komisch ist, dass irgendwas merkwürdig ist in Deutschland. Weil es ja sonst keinen Grund gibt, dass Markus-Lanz nicht die Argumente nochmal wiederholt, die er sowieso schon gesagt hat. Und sie jetzt hier so Laschet vorschiebt, anstatt es einfach selber zu sagen. Man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Aber man ist ja sowieso unüberrascht. Die Leute schlucken es wahrscheinlich wieder irgendwie. Nach ein paar Wochen, dann finden sie es vollkommen logisch, dass jetzt alle Leute, dass auch die Kinder alle geimpft werden müssen. Wahrscheinlich Bieler und Co. Sie bekommen es irgendwie hin. Man kann gespannt sein, wie. Aber vielleicht bin ich ja zu pessimistisch. Vielleicht ist das jetzt ja hier doch der Beginn einer Wende. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr denkt, wie es weitergeht, wie Markus-Lanz und Co. sich in Zukunft verhalten, wie sich das Narrativ ändert und was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.